assig schossen aus mein high tech stadion aber wieder ein bisserl festbicken als wenigstens ein bisserl halt kreuzverflixte high tech dann holen wir sie mal den nächsten kreisel das kämpfe übrigens der fokussiert jetzt bei dieser sogenannte tragoon f mit den hightech startet die sind übrigens und der gegner im ersten kopf der das ist ein wohl park 2 und der hat nach der arena geschossen der nächste wird dann das da das ist der so genannte master dresil haben wir bei sich der halb oh da ist jetzt auf jeden fall irgendwas geflogen probieren wir mal nur mal so war das nix das ist ja das allerwerk damals schon gewesen weil ich das noch mit einem kumpel gespielt habe weil ich mir so ungefähr so war das nix wenn wir da so dreizeh vierzehr worden ständig sind uns die teile und grüßen geklungen ständig das war echt der absolute hammer jetzt schauts besser aus naja knappe sieg ein ganzer knappe sieg was ist eigentlich mit dem starter los naja dann probieren wir als nächstes das ist so eine gemischte der hat da so eine komische halt der hat da so eine komische Basis aber das obere drum da das schaut genauso aus wie von dem das unten ist auch ein bisschen flacher das heißt der scheiß normalerweise durch die ganze arena das heißt der scheiß das ist ein bisschen das ist ein bisschen das ist ein bisschen Jetzt holen wir noch einen Eber, und dann mache ich es mir mal ein bissel, das ist der da. Schwachkopf. Der ist schon so, dass du das mal vorst. Da haben wir schon was zum Start, ne? Schauen wir mal. Machen wir mal die Kombination. So, das da drauf, zack, den da rauf, und dann schauen wir mal wo es jetzt rauskommt. Ja, deswegen einfach rauf ich vielleicht, dass da rein rauskommt. Jetzt setzen wir es wieder zusammen, weil sie sich hören. Den Kameraden. Machen wir mal, damit wir nicht auch lustig... Ja, das ist einfach schön, wenn ich das Kind einfach mal wieder spielen kann, was? Machen wir mal den da. Machen wir mal den da. Ui, kriegst du? Hey, komm, geh halt rein. Hey, hat er den tatsächlich auch zugeschossen? Hätte ich nicht gedacht. Zack. Äh, äh. Entschuldigung. Schauen wir mal, wenn wir das jetzt an. Ui, 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 ui. Das ist wohl ein Sieger. Ich hole den runter. Der Crippe. Das ist nun mal ein, ey. Ja. Der Röter, der Clippe. Warum war jetzt der so wild? Okay, dann werden wir da nur mal, meine Fresse. Der dreht es immer noch. Ich werde nur helfen, damit man die Dinge komplett auseinander legt. Na ja, ist auf jeden Fall recht schön, die Dinge. Kindheitsinnerungen sind es. Plastik! Wahnsinniger Fokus wieder. Okay. 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 Okay.